Meine Damen und Herren, wenn dieses Länderspiel ein Hallenländerspiel wäre, dann hätten es die 47.000 Zuschauer hier in Karlsruhe fast so gut wie Sie zu Hause, wie ich es Ihnen wünsche, an Ihren Geräten daheim oder in irgendeiner Gaststätte oder in einem Café. Aber hier im Karlsruher Wildparkstadion haben wir immer noch zwischen 12 und 15 Grad Kälte und trotzdem ist die Stimmung der Zuschauer gut. Natürlich in Erwartung eines guten Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Wir haben liebe Freunde zu Besuch, unsere Schweizer Sportfreunde zum 35. Länderspiel, kurz vor Weihnachten.